Das war unser Auto. Wir haben so viel erlebt in dem Auto. Dafür schieße ich den in die Fresse. Was machst du da? Lass mich nicht allein. Komm schon, kletter rum. Na los, komm schon, Alter. Du schaffst das. Ich hab so Angst. Sehr gut, komm schon, mach ihn nicht. Komm schon. Alles klar? Ja. Jetzt musst du nur noch laufen, okay? Okay. Okay? Scheiße. Ich sterbe. Du stirbst nicht. Beweg einfach deinen Arsch hier hoch. Ja, du schaffst es. Glaubst du, du kannst jetzt alleine stehen? Ich glaube, es ist hinweg. Scheiße. Das ist der Scheißterminator. Das ist Scheißgefühl. Ralf, hafft es. Haltet den Laster an. Ich hab's gesagt. Ihr habt das Recht zu schweigen. Oh, Scheiße. Bericht.